Herzlich Willkommen zurück zu mehr Jedi Knight. Wir verfolgen immer noch 88, aber wir sind ihm schon dicht auf die Fersen und müssen ihn bald eingeholt haben. Wir müssen durch diese Tür durch. Aber ich erinnere mich, bevor wir hier durchgehen, sollten wir hier um die Kisten rumgehen. Sollten wir... Oh! Okay, ja, den hatte ich letztes Mal vergessen, der hat mich jetzt überrascht. Sollten wir hochgehen, durch dieses kleine Loch hier, dann sind wir hier in einem neuen Raum. Ich dachte, das wären Schläger, darum habe ich kurz gezögert und die könnten mir nichts. Und das ist ein Geheimraum. Und hier ist ein Badkartank. Oh, den können wir nicht verwenden. Und dann können wir hier von oben, ja, runterschießen. Und die können natürlich auch hochschießen. Ich dachte, ich überrascht sie jetzt, aber das ist mir auch nicht gelungen. Und den Badkartank können wir nicht mehr mitnehmen, den haben wir voll. Aber wir können einen verwenden. So, jetzt können wir den wieder mitnehmen. Ach, verwenden wir gleich noch einen. So, der gibt uns 30 Leben zurück. Ich weiß jetzt nicht, was die Medi-Pack wiederherstellt, aber ich glaube, weniger. Mit dem Badkartank hauen uns auf jeden Fall 30 Leben wieder zurück. So, genau, hier wären wir reingegangen. Hier ist der andere Raum. Und jetzt müssen wir hier durch. Nein, die Disc. Aber wenigstens hat sie AT-8 nicht mitnehmen können. Oh, das gibt Ärger. Gegen das Teil kommen wir nicht an. Hey. Da haben wir noch mal Glück gehabt. Oh, whenever I need to find you, you're always in some kind of trouble. Jan, what a pleasant surprise. What would you do without me, Kyle? I'd be a content old man. Somehow I don't see content or an old man. So much for the relaxing chat. Jan, meet me at the top. I've got to get that disc. So, das war das Ende des Levels. Die Disc haben wir ihm, ja, mehr oder weniger abgejagt. Wir haben sie noch nicht, aber er hat sie auch nicht mehr. Die müssen wir wahrscheinlich da noch finden. Und jetzt haben wir hier, wie ihr schon seht, einen... Wir haben sechs von sechs Geheimräumen gefunden und wir haben einen Machtpunkt dafür bekommen. Einen Stern. Ich gehe mal weiter hier. Und jetzt seht ihr hier, wir können, das ist unser Rang an Initiated, wir können hier noch nichts in Jedi-Kräfte investieren. Das hier oben sind die Basis Jedi-Kräfte, wie, glaube ich, Force Jump, also macht Sprung, macht Laufen, schnell Laufen und so. Ziehen und das, hier bin ich mir nicht mehr sicher, was das war. Und hier haben wir gute Jedi-Kräfte und hier böse. Und hier unten sehen wir, auf welcher Seite wir jetzt, der Macht wir derzeit stehen. Hier rechts, das ist eher die dunkle Seite. Und da wären wir auch, wenn wir jetzt alle Roboter und alle Zivilisten erschossen hätten, die wir gefunden hätten, wäre der Stern jetzt hier unten hier mehr rechts. Und ich weiß nicht, ab wann wir das ausgeben können, das werden wir dann noch sehen, weil wir haben zwar diesen Stern, aber wir können hier noch nichts investieren. Dann sage ich mal, gehe ich mal weiter. So, herzlich willkommen zurück. Und Jan fliegt gerade weg. Zur Info, Jan ist die Partnerin von Kyle, aber das, glaube ich, wurde im Video auch schon ersichtlich. Und jetzt müssen wir die Disc-Fanten, die 88 mit Samzheim-Arm hier fallen gelassen hat. Die wird wahrscheinlich irgendwo hier runtergefallen sein. Und das könnte wahrscheinlich nur was werden. Jetzt muss ich mal schauen, was das hier alles gibt. Hier ist erstmal eine Pistole. Die bringen uns noch ein bisschen Munition. Und jetzt, oh, hier oben ist auch was. Und ich habe es hier hochgeschafft. Und bin ich runtergefallen. Okay, hier haben wir schon wieder die ersten Gegner. Das wäre eine gute Zeit für einen Detonator. Die treffen uns mehr als wir sie. Das ist natürlich nicht gut. Die haben wir schon mal. Oh, hier hat sich noch Munition versteckt. Hier war was. Und da hinten ist auch was. Thermaldetonatoren. Dann haben wir wieder einen kleinen Vorrat. Nur für alle Fälle. Ich weiß, wir uns nicht selbst damit in die Luft springen. Bisschen Schildenergie. Und Munition. Oh, hey, what a'n Blick. Das hier noch aufgesammelt. So, jetzt muss die Hand, der Arm mit der Destie, muss hier irgendwo runtergefallen sein. Hm. Oh. Oh verdammt. Wir tun uns mehr selbst weh. Verdammt. Die schmeißen jetzt auch schon mit. Jetzt auch. Mit Thermaldetonatoren. Nicht gut. Das gefällt mir gar nicht. Und der hatte noch einen getroppt. Jetzt haben wir wieder einen. Vielleicht sollten wir ein bisschen sparsamer mit denen umgehen. Und auch etwas vorsichtiger. Was ist das denn dann? Oh, das ist der Arm von 88. Mit der Disc. Den haben wir also schon mal. Jetzt könnte uns Jando wieder abholen hier. Aus diesem Loch. Verdammt. Oh man, diese Demaldetonatorenwerfer sind echt übel. Da müssen wir echt aufpassen. Boah, dieser Mistkerl hier. Aua. Okay, spring die selber in die Luft bitte. Verdammt nochmal. Ich kriege kein freies Schussfeld. Und der ist meistens wie verrückt. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Er hat sogar noch einen Glöter getroppt. So. Da kommen wir glaube ich nicht hoch. Und ich wüsste auch nicht. Wie gesagt, das hier ist jetzt wieder... Das Level habe ich noch nicht gespielt. Also zumindestens noch nicht zum Testen. Hier gibt es glaube ich nichts mehr. Oh, oh, wir haben noch... Ich sehe gerade, wir haben noch 32 Leben. Wir sollten vielleicht... Zwei Batka-Tanks benutzen. Und so. Sonst sind wir ganz schnell tot. Denke ich mal. Wadam ist hier. Wir leben noch, Gott sei Dank. Bisschen Schildenergie wieder trotzdem. Wie schlecht. Den haben wir schon mal. Den haben wir auch. Ihr müsst zum verdammt aufpassen jetzt. Sonst wird das ganz übel enden. Bisschen Schildenergie noch. Hm. Hm hm hm. Hier könnte man jetzt runter. Das sieht nicht vertrauenserweckend aus. Aber gut. Sonst bleibt wohl keine Wahl. Ach du meinige. Wir sind fast tot. Oh. Sachen. Toll. Oh, ich habe einen Rodialer gehört. Nicht, dass die uns wieder überfallen wollen hier. Gibt es hier noch was? Könnte ja sein. Nee, irgendwie... Nicht. Nichts mehr. Hier ist auch nichts mehr. Aber wir haben ja das Licht. Nehmen wir das Licht her. Hier ist nichts mehr. Gut, dann weiter. Oh, wir nehmen noch mal einen Batka-Tank. Das ist... Sonst werden wir hier abkrebsen. Okay. Was denn? Auf was soll ich aufpassen? Wahrscheinlich ist er hier unten. Kleiner Mistkerl. Das ist auch noch einer. Ich sage ja, das sind die Sneaky Rons. Die verstecken sich hier immer. Zwischen Ecken und oben in der Deckenventilation. Diese Rodiana. Schlimm, schlimm. Schauen wir mal hier weiter. Weil ich glaube, da hinten war nichts mehr weiter. Okay. Hier geht's runter. Die haben wir jetzt mal überraschen können. Mehr oder weniger. Okay. Oh. Oh, er hat uns entdeckt. Wir treffen natürlich wieder mal nichts. Verdammt nochmal. Den haben wir... Einen Treffer haben wir schon mal gemacht. Verdammt nochmal. Er ist aber auch schnell hier. Wir sollen aufpassen, wir haben nicht mehr viel Leben. Und keine Schilde mehr. Ich treffe den nicht. Ich treffe ihn einfach nicht. Er ist ja weg. Jetzt glaube ich, kann man hier runter. Unter uns ist nämlich noch ein Raum, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wenn wir ganz vorsichtig sind, überleben wir das vielleicht sogar. Au. Was für ein Vollbild. Ach so Scheiße. Gamoriana sind hier. Das habe ich jetzt ein bisschen überrascht. Die sind doch normal nur in Jabba's Palast. Oder zumindest ist es... Keine Ahnung. Hier ist doch ein Gaumenhakenplanet hier. Sehr seltsam. Die Batterie können wir nicht mitnehmen. Aber sonst gab es hier sauviel Zeug. Hier können wir wieder nach oben. Ja. Oh, verdammt nochmal. Du kleiner Mistkerl. Oh, und jetzt kommt schon wieder der hier. Hm. Ich kann gar nicht sagen, wie mir der auf den Senkel geht hier. Wo ist er denn? Ich sehe ihn nicht mehr. Hoffentlich ist er runtergefallen. Hier geht es weiter. Oh, beziehungsweise... Ja, jetzt sind wir wieder da, wo wir vorher auch waren. Genau, hier oben sind wir runtergekommen. Okay. Interessant. Keine Gegner. Oh, Munition für irgendwas, was wir nicht haben. Moment, jetzt schau ich mich hier unten nochmal um. Kommt man hier rüber? Hm. Gehen wir mal hier hoch. Oh, Mann. Noch mehr Gamoriana. Und das scheinen Nahkämpfer zu sein. Die haben hier diese sehr sympathischen Hackebeile. Und halten ganz schön viel aus. Meine Güte. Hm. Und da findet ein Pferd Androide. Na gut, da schauen wir noch rein in den Raum. Okay. Ich freue es schon wieder, dass wir hier reingeschaut haben. Ach du Scheiße. Da haben wir fett was vor den Latz bekommen. Na gut. Dann schauen wir nächste Folge weiter. Wenn es hoffentlich besser laufen wird. Bis dann. Macht's gut. Da geht es ja nicht in den Raum. Vielleicht minus Wasser. Ooh. ів